Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Mal wieder Supertest-News zum Freitag. Wir sehen hier einen neuen Panzer. Der erste Tier 8 schwere tschechoslowakische Panzer, der Skoda T56. Wir haben ja schon den Skoda T45 gerade für Bonds zu kaufen als Premium schweren Panzer auf Tier 7. Dieses Fahrzeug kommt mit einer kleinen Besonderheit daher. Und zwar hat er ein Autoloader-Magazin mit 2 Schuss, was wir meines Wissens aktuell nur von Burras kennen. Auf den Heavys ist das auf jeden Fall neu und ganz spannend. Ob das jetzt hier ein Premium-Fahrzeug oder ein Standard-Fahrzeug ist, ist aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht bekannt. 25 Sekunden braucht er für den gesamten Clip. 4 Sekunden der Intra-Clip-Reload. 0,40 die Genauigkeit und 2,9 Sekunden die Einzielzeit. Also allein von den Genauigkeitswerten und von den Einzielzeitwerten sehen wir schon typisch Heavy. Die Soft-Stats der Kanone wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Gucken wir auf die restlichen Werte der Kanone, dann sehen wir 208 Durchschlag auf der AP-Standard-Munition. Das ist okay, das ist nicht überragend. Das ist, es ist okay. Lassen wir es einfach als okay stehen. Gucken wir uns aber die Premium-Munition an mit 290 Durchschlagsleistung auf der Heat. Und das ist für Tier 8 schon verdammt, verdammt viel. Wir kennen das ähnlich noch auf dem T-77, dem Premium-Heavy-Autoloader der Amerikaner, der auch so eine gute Durchschlagsleistung hat. Aber insgesamt sind das Durchschlagswerte, die wir bei einem schweren Panzer auf Tier 8, auf der Premium-Munition schon suchen müssen. Auch der Alpha ist sehr gut mit 460 auf Standard und auf Premium. Auf der HE sind 640 bei 68 Durchschlagsleistung. Wobei man natürlich immer bei einem Autoloader, auch wenn es nur ein 2-Clip-Autoloader ist, überlegen muss, ob man da überhaupt HE-Munition mitnimmt. Wenn man jetzt mal sich die DPM ausrechnet, ich hoffe ich habe es nicht falsch gemacht, also 29 Sekunden um den kompletten Clip zu entladen und das dann auf 60 Sekunden hochgerechnet, kommen wir hier auf eine DPM von 1903. Der potenzielle Clip-Damage sind 920 und das ist schon eine ganz schöne Ansage hier. Nicht mal von der DPM, aber der potenzielle Clip-Damage, der ist schon relativ stark. Gun Depression 8 Grad, das ist gut, nicht sehr gut, das ist gut. Gun Elevation 15 Grad, das ist eher mäßig. Er hat einen Topspeed von 35 vorwärts, 15 rückwärts, das ist für einen schweren Panzer okay. Typisch, das ist nicht wirklich grottig, es ist auch nicht wirklich mega gut, es liegt komplett so am Mittelfeld. Auch das Leistungsgewicht von 13,5 PS pro Tonne ist in dieser ersten Version, die wir hier jetzt sehen, auf jeden Fall keine Vollkatastrophe. Und auch die Drehgeschwindigkeiten, ohne dass man jetzt die Bodenresistenzwerte kennt, sehen erstmal in Ordnung aus. Also 26 Grad an Turm und an der Wanne stellen sich auf jeden Fall erstmal normal durchschnittlich dar. 1500 Hitpoints, das ist auch völliger Standard. Und wenn wir uns die Panzerung anschauen, dann an der Wanne eine nominelle Panzerung von 100 Millimeter an der Front. Durch die Winkelung wird das ein bisschen besser werden. 70 Millimeter an der Seite und am Heck, also auch am Heck relativ gut gepanzert. 70 Millimeter an der Seite. Auf Tier 8 ist das nicht mehr so mega geil, das ist noch okay. Man muss allerdings bei 70 Millimeter in der Seite schon aufpassen, wenn man in den Sidescrape geht, dass man wirklich den Winkel sehr beachtet. Denn sobald man nur minimal überwinkelt, kann man einfach relativ einfach durch die Seite geschossen bekommen werden haben. Naja, tolles Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. Die Wanne insgesamt wird aber für mich der Weakspot sein. Vor allen Dingen schätze ich auch, dass die Unterwanne nicht ganz so gut sein wird wie die Oberwanne. Aber da muss man mal abwarten, bis das 3D-Model da ist. Es ist ein bisschen Winkel vorhanden, aber die effektiven Werte werden jetzt nicht so mega überragend werden. Was spannend ist, ist der Turm, denn wir sehen hier, das Fahrzeug hat Schottpanzerung. Leider ist das aktuell, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, die einzigen Bilder, die ich im Moment habe zu diesem Fahrzeug. Aber wir sehen hier wohl, dass das Schottpanzerung am Turm ist, neben der Kanonenblende. Das heißt, er wird wohl relativ gut Hold-Down arbeiten können, auch wenn er nur 8 Grad Gun Depression hat. Wir sehen hier auch nominelle Panzerungswerte an der Turmfront von 220 Millimeter. Da muss man aber immer aufpassen, wenn das nur ein kleiner Teil zum Beispiel von der Gunblende ist, dann stellt das Wargaming trotzdem hier als die 220 Millimeter dar. Also wir müssen mal abwarten, also wir müssen mal auf das 3D-Model warten, wenn man das mal irgendwann sieht. Aber im Moment sieht es danach aus, dass der Turm wirklich sehr stark ist. Man sieht aber auch hier oben die Kommandantenkuppel. Sehr prominent, möchte ich meinen. Also er wird wohl Hold-Down kein Conqueror oder kein Super-Conqueror werden, denn er wird einfach noch einen Weak-Spot haben, den man wohl auch gerade auf kurze Distanz wohl relativ einfach treffen kann. 370 Meter Sichtweite ist auch für ein Heavy wieder mal typisch. Das ist nicht sowas wie ein Renegade mit 400 Metern oder auch die Tendenz, was Wargaming in den letzten Wochen und Monaten immer mal so ein bisschen hat blicken lassen, dass sie die Sichtweite ja gerne mal immer so auf 400 Meter setzen. Nein, hier sind wir bei 370 Metern. Wir sehen hier also aktuell wirklich einen sehr, sehr klassischen Heavy. Wenn man jetzt mal noch einen Blick auf eine Vergleichstabelle wirft mit so Panzern, die vom Autoloader ähnlich sind, beziehungsweise auch rein von der Charakteristik und den Burask mal noch als Zweischuss-Autoloader mal hinten dran gesetzt, dann fällt erst mal auf, dass die DPM von 1903 im insgesamten Vergleich, den wir jetzt hier sehen, gar nicht so schlecht ist. Da siedelt er sich schon eher so in der oberen Hälfte an. Der IS-22 kommt da noch drüber. Hier muss man aber auch sagen, dass der Alpha deutlich niedriger ist. Also hier mit 460 Alpha haben wir bei dem Skoda wirklich schon einen sehr, sehr guten Alpha da stehen. Also auch wenn man hier durch die Vergleichsliste guckt, dann muss man hier schon nach einem Heavy suchen, der so viel Alpha hat. Bei einem Autoloader findet das man jetzt nicht unbedingt. Da muss man dann eher bei den deutschen Heavies gucken. Das sind dann aber keine Autoloader, klar. Gucken wir weiter zur Kanone. 0,40 hatten wir gesagt und 2,9 Sekunden die Einzielzeit. Da sehen wir schon typisch Heavy. Da sind jetzt keine Überraschungen dabei. Es gibt Heavies, die sind besser. Es gibt Heavies, die sind schlechter. Aber er ordnet sich hier, wie schon gesagt, relativ im Mittelfeld ein. Auch bei der Mobilität. 35 vorwärts, 15 rückwärts. Finden wir hier keine Überraschungen. Na klar, sind hier Heavies dabei mit T77 oder IS22. Auch der Bisonde, die auf dem Papier deutlich schneller sind. Beim Leistungsgewicht 13,5 PS pro Tonne sehen wir auch hier. Hier ist er eher im unteren Teil bei der Tabelle. Ja, wir sehen also die Autoloader tendenziell relativ, relativ mobil. Aber es ist halt ein klassischer Heavy. Ja, das ist jetzt hier keine Überraschung, die wir hier irgendwie sehen. Bei den Drehgeschwindigkeiten 26 Grad bei Wanne und beim Turm. Auch hier sehen wir, ja, tendenziell die Heavies, die wir hier haben, ein bisschen mobiler, was die Drehgeschwindigkeiten angeht. Aber ich will das jetzt bei dem Skoda nicht irgendwie schlecht darstellen. Keiner von uns ist dem bisher gefahren. Und es wirkt halt, wie gesagt, so, dass es wirklich ein klassischer Brawler Heavy ist. Bei der Panzerung, gut, dann müssen wir mal abwarten, was dann wirklich das 3D-Model zeigt. Insgesamt scheint er hier relativ gut dazustehen. Zumindestens am Turm. Man muss mal abwarten, wie problematisch die Kommandantenkuppel am Ende wirklich ist. Auch Gundy Press mit 8 Grad, keine Überraschungen. Bei der Sichtweite sehen wir auch in der Liste, die ich jetzt hier vorbereitet habe, ist er relativ gut mit dabei. Es gibt jetzt hier den, welcher ist das jetzt genau? Das ist der Bison, der mit 380. Alle anderen ordnen sich hier, gut, der C34 noch ein Stück weiter drüber. Alle anderen ordnen sich hier sogar noch drunter ein oder auf dem gleichen Level. Aber wir wissen natürlich, es gibt auch im Heavy-Bereich Heavies, die mit 400 Metern daherkommen. Also insgesamt erstmal keine großen Überraschungen, was wir jetzt hier beim Skoda T56 sehen. Abzuwarten bleibt, wie gut oder schlecht dieser Zweischuss-Autoloader funktioniert. Das ist auf jeden Fall die neue Mechanik, die wir jetzt hier sehen. Kennen wir, wie gesagt, bisher nur vom Burask. Und ansonsten, ja, schauen wir mal. Es ist halt ein super Test, kann sich alles nochmal ändern. Wobei natürlich Wargaming jetzt, denke ich mal, nicht von dem Zweischuss-Autoloader abweichen wird. Gut, das werden sie schon gesetzt haben, aber natürlich die restlichen Werte, inwieweit er da noch angepasst wird, müssen wir dann einfach mal mit der nächsten Zeit abwarten. Auf jeden Fall arbeitet Wargaming an den tschechoslowakischen Heavies. Und ich hoffe, dass wir da dieses Jahr dann auch noch den Tech-Tree dazu auf dem Live-Surfer sehen werden. Insgesamt frage ich natürlich auch euch, was ist euer Eindruck von diesem Panzer hier? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Ködö, Eirendal und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher. Bis zum nächsten Mal.